Umgang mit Ärger, Angst und Depression, so lautet der Titel eines der beliebtesten Seminare bei Yoga Vidya. Mein Name ist Sukadev, ich bin von yoga-vidya.de und ich habe dieses Seminar viele Jahre, ich könnte wahrscheinlich sagen zwei Jahrzehnte, habe ich das Seminar gegeben und ich habe auch vorher schon seit vielen Jahren drei Stunden Workshops zu diesem Thema gegeben. Mensch hat diese drei Emotionen, die Übersteigerung ist von Grundfähigkeiten des Menschen. Ärger, Angst und Depression, kann man sagen, sind drei Weisen, wie Mensch auf Herausforderungen wirken kann. Man spricht ja auch in der Psychologie von dem sogenannten Flucht-Kampf-Totstell-Reflex. Der Mensch hat in Gefahr drei Möglichkeiten zu reagieren. Er kann fliehen, er kann kämpfen oder sich totstellen. Wenn ein Tiger kommt, dann kann der Mensch entweder kämpfen, er kann aber auch fliehen oder er kann sich totstellen in der Hoffnung, der Tiger bemerkt ihn nicht. Und für diese drei Dinge braucht es auch jeweils Emotionen. Wenn man kämpfen will, hilft Ärger. Ärger gibt physische Kraft. Wenn man fliehen will, hilft die Angst. Man sagt ja auch, Angst verleiht Flügel. Und wenn man sich über einen längeren Zeitraum totstellen will, um nicht totgebissen zu werden, dann hilft die Depression im Sinne von Antriebslosigkeit. Und so ist dieses Seminar Ärger, Angst und Depression ein Seminar, das helfen kann, mit diesen drei Grundemotionen umzugehen. Dazu gilt zuerst einmal wertzuschätzen, dass die drei Emotionen erstmal etwas Gutes sind. Auf der einen Seite sind es Stressbewältigungsmechanismen, zum anderen sind es aber auch Bewältigungsmechanismen im Alltag. Zum Beispiel, wenn man ärgerlich ist, kann es ja sein, dass irgendwas nicht richtig ist. Indem man die Fähigkeit zur Ärger hat, wird man sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen, man wird anderen helfen und beispringen. Wenn Menschen nie Ärger hätten, dann wäre die Welt eventuell ein ungerechter Ort. Ärger hat also eine Funktion. Auch Angst hat eine gute Funktion, nämlich den Menschen zur Vorsicht anzuleiten, sich zum Beispiel vorzubereiten vor Prüfungen, keine Risiken einzugehen und ein vielleicht vernünftiges Leben zu führen. Und Depression ist letztlich etwas, was aus Trauer oder Todstellreflex kommt. Es ist auch manchmal gut, nach einer Belastung oder einer intensiven Phase mal zur Ruhe zu kommen und dass Körper und Psyche das verarbeiten können. Dazu können depressive Gemütszustände helfen. Nächster Punkt ist auch, Ärgerangst und Depressionen sind auch, man könnte sagen, Übersteigerung von Ayurveda-Doshas. Das Ayurveda unterscheidet ja drei Grundtypen von Menschen, Vata, Pitta und Kapha. Die Pitta-Typen sind die feurigen Typen, Feuer, an die erfolgsorientiert sind, was leisten wollen, etwas erreichen wollen. Wenn Pitta übersteigert ist, also zu stark wird, wird es zu Ärger. Was auch heißt, wenn du irgendwo merkst, dass nach einem irgendwo intensiven Streben und Erfolgsorientierung du plötzlich in Ärger und Wut und Reizbarkeit und Cholerie hineinrutschst, dann solltest du etwas tun, was irgendwie Pitta-reduzierend ist. Vom Ayurveda her gibt es einige Pitta-reduzierenden Maßnahmen, von täglicher Tiefenentspannung, Massagen, Singen, mehr Meditieren und vielleicht einer der zwei freie Tage zu nehmen. Das hilft, das Übermaß an Pitta zu reduzieren. Angst ist die Übersteigerung des Vata-Prinzips. Vata ist das Prinzip der Bewegung, der Luft. Vata im Positiven ist Leichtigkeit, Flexibilität, Offenheit, Kreativität. Wird Vata übersteigert, dann kann es zu Schlaflosigkeit kommen, Nervosität, innerer Unruhe und eben Angst bis zu Panikattacken. Wenn du merkst, dass dein Vata erhöht wird, dass erstmal Schlaflosigkeit, Nervosität kommt und dann Ängstlichkeit, dann ist es gut, Vata-reduzierende Maßnahmen einzuleiten und so wird die Angst reduziert. Und Vata-reduzierende Maßnahmen können sein, geregelter Tagesablauf, zum gleichen Zeitpunkt jeden Tag ins Bett legen, zum gleichen Zeitpunkt aufwachen, wärmende Getränke zu dir zu nehmen, wie Kräutertee oder heißes Wasser schluckweise, auch wieder Massagen und ruhige Asanas. Depression kann ein Zeichen sein, dass Kapha übersteuert ist. Kapha ist das Prinzip der Ruhe, der Gemächlichkeit, der Gemütlichkeit, auch der Beständigkeit und des Halten an dem Bewerten. Wenn du zu viel Kapha hast, dann kann es in die Antriebslosigkeit und Faulheit kommen. Und hier gilt es dann, etwas Antrieb zu bekommen, etwas Wärmendes zu machen, etwas Aktivierendes zu machen, vielleicht andere dazu zu ermutigen, dich anzutreiben. So kannst du sagen, zum Umgang mit Ärger, Angst und Depression kann also auch gehören, diese zu begreifen als Signale der Psyche, dass eine der Doshas überhöht ist. Schließlich gibt es auch Ärger, Angst und Depressionen, die nicht angemessen sind in dieser Situation, sondern man kann sagen, Ärger, Angst und Depressionen sind ein Zeichen für fehlgeleitete Adaptationsprozesse in der Vergangenheit. Wenn also zum Beispiel ein Kind früher nicht ausreichend Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen hat, dann hat es gelernt, es muss nur ausreichend toben und dann kommen die Eltern und geben einem Aufmerksamkeit. Ab einem gewissen Alter funktioniert das nicht, man führt nur zu sinnlosem Ärger. Oder wenn Menschen in der Vergangenheit irgendwo ein schweres Erlebnis hatten, das sie nicht verdauen konnten, dann führt das zu einer Grundangst. Oder bei manchen traumatischen Erlebnissen führt ein kleiner Misserfolg später sofort in die Depression. So kann man also auch lernen, dass Ärger, Angst oder Depression auch Zeichen sind für fehlgeleitete Adaptationsprozesse. Und das sind alles Dinge, die du in dem Seminar Umgang mit Ärger, Angst und Depression lernst, wie du eben erkennen kannst, dass Ärger, Angst und Depression Stressbewältigungsmechanismen sein können, dass sie Informationen geben, dass man etwas tun sollte, dass sie Dosha-Übersteigerung sein können oder Zeichen für fehlgeleitete Adaptationsprozesse. Vor allem aber lernst du in diesem Seminar viele Möglichkeiten, wie du Ärger umwandeln kannst. Es gibt im Yoga die Ärgertransformationsatmung, es gibt die Lampenfiebertransformationsatmung, es gibt die Aufladeübungen, die Aufladentechniken. Du kannst mit Körperhaltung arbeiten, du kannst mit Atemübungen arbeiten, mit Blitzentspannungstechnik, mit Affirmationen, mit Visualisierung und noch vielem anderen mehr. Also im Yoga gibt es eine Menge von Möglichkeiten, wie du lernen kannst, mit Ärger, Angst und Depression umzugehen und diese erfährst. Kannst du üben mit praktischen Mitteln und mit praktischen Tipps auch für zu Hause in dem Seminar Umgang mit Ärger, Angst und Depression zu finden auf yoga-vidya.de-seminar